Musik Was ist eure Grundgesamtheit, wie zieht ihr die Schlicht um, wer sind die Stars? Wir ziehen keine Stichprobe aus einer Grundgesamtheit, weil es im Startup-Ökosystem diese Grundgesamtheit feststehend in der Form gar nicht gibt. Also es gibt kein Register wie im Unternehmensregister, wo man sagen kann, da gibt es eine gewisse Anzahl und wir wählen zufällig so und so viele aus. Und vor allem gibt es auch gar nicht so viele Startups, wo das Ziel einer Stichprobe dann hinmachen würde. Was wir stattdessen machen ist, wir versuchen unsere eigenen Netzwerke und über Netzwerkpartner, da haben wir insgesamt 300, also beispielsweise Wirtschaftsförderungen, aber auch WCs, Digitalhubs und so weiter, über unsere alten Kanäle sowie über diese Netzwerkpartner verbreiten wir diese Umfrage. Und dadurch sorgen wir dafür, dass zumindest die Startup die Chance hat, diese Umfrage zu sehen. Ich weiß, wie schwierig das ist, die Daten genau zu erheben im Sinne von, wer ist denn ein frauendgeführtes Unternehmen. Weil wir in der Regel ja nicht nur eine Gründerin haben, die dann auch alle Kapitalanteile hält und die Geschäfte führt, sondern wir haben eben oft Mixed Teams. Die Frage ist also, inwiefern kann man das überhaupt sagen, dass das Gründerinnen sind? Gibt es auch Erkenntnisse dazu, inwiefern die mit anderen Gründerinnen oder anderen Gründern aktiv sind und inwiefern die Geschäftsführung auch die Kapitalverhältnisse reflektiert? Was wir die Gründerinnen und Gründer fragen in unserer Umfrage ist einmal das Geschlecht, aber auch das Geschlecht der Mitgründer und Mitgründerinnen. Das heißt, wir haben einmal die Information der Person, die die Frage ausgefüllt, den Fragebogen ausgefüllt hat, dann aber auch die Information der anderen Mitgründerinnen und Mitgründer. Wir haben zum Beispiel etwa 10% Startups, die rein weibliche Gründungsteams sind bei uns im Datensatz. Wir haben, glaube ich, 70% eines korrigem, wenn ich falsch liege, Teams, und das ist ein wahnsinnig hoher Anteil mit rein männlichen Gründungsteams, und wir haben ungefähr 20% Mixed Teams. Und man sieht schon, dass jetzt in einer Stadt wie Berlin man üblicherweise eine höhere Quote an Gründerinnen hat, als in anderen Bereichen. Es ist ja schon seit Jahren bekannt, dass Frauen da noch unterrepräsentiert sind. Wie ist denn das mit Fördermitteln? Hat sich das in den vergangenen Jahren verbessert? Sind da gute Maßnahmen getroffen worden? Gerade von staatlicher Seite, aber auch hier in Berlin und die Unternehmen auch. Gucken die Inter-Unternehmen stärker jetzt auf Startups, die von Frauen geführt werden? Gibt es da Erkenntnisse auf der Schweiz? Also die Fördergelder sind auf alle Fälle verwechert worden insgesamt. Und was ich hier noch sehr interessant finde, ist die staatlichen Fördermittel, weil gerade das wäre ja eigentlich ein Punkt, wo man auch ansetzen könnte, wo man versuchen könnte, was du ja auch schon gesagt hast, genau dieser Diskrepanz entgegenzuwirken. Aber auch da sieht man, dass momentan auch die Männer sind, die Vorteile sind. Beides Unternehmer und ich habe zwei Kinder. Und würden wir wünschen, dass das Elterngeld etwas unternehmer und freundlicher gestaltet wird. Also ich habe jetzt zwei Jahre einen Henri-Verkehr mit der Eltergeldstelle. Und es würde wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mein gesamtes Eltergeld zurückzahlen muss, weil ich das Problem habe, weil meine Firma war profitabel in der Zeit, in der ich in Elternzeit war. Also wir gehen davon aus, dass jedes Staat in den sechs Wochen von uns mindestens einmal genervt wird, wenn wir diese Umfrage durchführen. Woran liegt das, dass Frauen sich so schwer tun, Finanzierung zu finden? Also wir sehen, dass die staatlichen Frauen in der Tendenz etwas jünger sind als die der Männer, etwas kleiner noch sind, frühphasiger und auch in Themenfeldern aktiv sind, die aus einer reicherten Grille vielleicht weniger Skalierungspotenzial haben. Was wir in der Studie sehen, ist, dass die Gründerinnen-Teams mit den anderen Startups sehr gut vernetzt sind. Also da haben wir einen ähnlichen Anteil, wie ihr seht, wie bei den Männerteams. Also die Vernetzung im Startup-Ökosystem scheint relativ gut zu funktionieren. Wo es noch Nachholbedarf gibt, ist bei der Vernetzung mit etablierten Unternehmen. Da sehen wir, dass die Männerteams deutlich erfolgreicher sind, sich hier irgendwie Kontakte aufzubauen, die dann eben häufig auch geschäftsrelevant sind. Dem leben wir uns in der Studie, dass wir nur 7,3% der Gründerinnen-Teams haben, die mehr als 10 Mitarbeiter haben. Wenn wir uns anschauen, weshalb Frauen gründen, sehen wir, dass es vor allem intrinsische Motivationsgründe sind, die Frauen antragen. Es geht insbesondere darum, Unabhängigkeit und eine Herausforderung für sich zu definieren, die eigene Idee voranzutreiben. Es geht weniger stark darum, Wohlstand zu generieren. So kann der Beispiel, der über die Gründung ausgelöst werden kann mit hohem Risiko. Das ist ganz interessant, wie man sich das im Vergleich zu den Antworten der Männer anschaut. Da sagt jeder Zweite, wie der Wohlstand eigentlich einer der auch Faktoren ist. Kann man bestimmt nachher noch lange diskutieren, warum das so ist.